Scheiße, deine Füße sind ja schwarz. Mäuschen. Nein, da geht nicht lang. Okay, da war Mike. Nimm das Brett. Nimm. Und... Oh, Mäuschen, du bist so stark. Mit dem Rucksack sieht er aus, ob die ganz mehr anderen tauchen. Hey. Aber du nicht. Glaube ich dir. Du glaubst schon mehr, Alter. NIE! Oh, ja. Okay. Lass die Kamera da. Lass sie... Klar doch. Shit. Shit, Mike, du... Alter, Mike, du stehst in... Shit. Ich... Bei der sehen Legends echt geil aus. Hashtag Leggings-Fan. Was war das? Ist das... Nein. Nein, 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 nein. Geh weg! Oh, Chris. Oh, Chris, 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 Chris. Was zum Teufel? Du weißt, was Platzpatronen sind. Ich meine... Bitte? Die lebt noch? Was? Was? Oh, Scheiße! Die lebt noch? Shit. Daki, du Schlimmer. Oh, Scheiße! Und die lebt noch? Wieso lebt die noch? Ich hab die nicht gerettet. Verdammt! Shit, die hat Glück. Die hat Glück. Lass sie hängen. Okay, jetzt müssen wir mit dir wieder spielen. Oh, Scheiße! Ah! Indiana Jones! Ah! Ah! Oh! Oh! In der letzten Sekunde ist Matt tot. Okay. Nein, Matt ist nicht tot. Matt lebt noch. Shit! 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 Wow! Wieso ist die nicht tot? oh 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 shoot the apgryth bitch Jess... Jess lebt nicht mehr, glaube ich. Weiß ich nicht. Ist Jess tot? Ich weiß nicht. Ich hab die F0 im Aufzug gefunden und da war nicht mehr... Oh Gott, es waren 600 Mäuse. Für ihr das klappt nicht. Das war mein Lieblingsteil. Oh, bitch, du gib mir jetzt schon wieder auf den Sack, ey. Mit deinem 600- Shit! Okay. Zünd am besten deine ganzen Klamotten an. Kann ich dich in den Tod springen? Nein? Wollten die Entwickler nicht. Ich will dich sterben lassen. Lass... Petitionen! Lass, bitch, sterben! Ja, ich spiel blind. Komplett. Jetzt bin ich mit der Alten in den Minen gefangen. Alter, Alter. Ihr Motherfucker. Auf wen hast du geschossen? Auf gar keinen. Ich hab nicht geschossen. Ich hab noch nie geschossen in dem Spiel. Auf nichts. Außer auf Sandsäcke. Doch, auf den komischen Typen, der bei Jester unten war. Oh mein Gott. Das Spiel. Das Spiel macht einfach nur... Oh mein Gott. Konzentrier dich. Du kannst es schaffen. Okay. Okay. Okay, da muss ich hin. Ist das mein Ausweg? Okay. Okay, hier geht es runter. Hier ist nichts außer Stein und Dunkelheit. Als ob du hier nochmal lebens rauskommst. Alter, leg dich auf den Boden und fang an zu weinen. Ruf nach deiner Mama. Die wird eh nicht kommen. Bitch, du bist... Verflucht. Und... Großes Tor. Okay, dann. Okay. Chaos kaputt. Einfach durchbeißen. Und hör auf zu schreien. Okay. Davon leuchtet was. Dann leuchtet auch. Hier leuchtet alles. Oh, ne Truhe. Oh, na. Okay. Bergabal... Lass mich doch mal der Bergabalter-Foto sehen, Mann! Da steht was drauf. Auf der Rückseite. Die Sprengtruppe. Vorbereitung zur Sprengung in neun Schächten. Dezember 51. Oh, the Blow Crew? Stand da echt jetzt? The Blow Crew? Ha! Shit! Die Entwickler. Oh, my boy! Okay, ein Foto von einer Truppe Männern. Sprengt... Ah, okay. Wieso vibriert mein Controller? Alter, hör auf zu vibrieren! Du machst... Bin ich fertig? Du machst mir schwitzige Hände. Okay, die haben wir auch alle gefunden. Ich brauche mehr Totems. Was passiert, wenn ich hier hochlaufe? Kann man hier hoch? Hier kann man bestimmt noch lang. Okay. Schau dich um. Schau dich einfach um. Ganz in Ruhe. Ganz in... Da ist nichts drin? Nein? Du hast hier noch nicht mal angestrengt, da reinzugucken. Okay, dann drück den anderen Knopf. Ja, den... Drück einfach den anderen Knopf. Okay. Okay. Ja! Alles kein Problem! Der Elevator. Oh! Meine kleine Kerze. Okay. Erst umgucken, dann was machen. Okay. Da ist noch was. Hat bestimmt niemand gehört. Niemand. Eine Stechuhr. In... Keine Ahnung. Out 36. 36? Warte mal. Warte mal. Warte mal. Ich hab doch Stichkarten gefunden. 30 Stempelkarten. Wieso 36? Ich versteh das Spiel nicht. Okay. Wieso versteh... Ich versteh das. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Shit. Mach ihr was. Beeil dich jedenfalls. Okay. Nimm die Leiter und guck nach oben. Guck einfach, wann oben ist. Vielleicht bist du oben sicherer als unten. Ich weiß es nicht. Da war bestimmt Smoke. Der beschützt irgendwas. Das Gold der Elben. Shit! Jetzt konnte ich gar nicht gucken, was in einem anderen Ding... Oh mein Gott. Ja, deine 12.000 Euro Gucci Jeans. Sieht eh scheiße aus. Achso. Move! Bitch! Mach dein Handy aus! Ich gehän, ich gehän, ich gehän. Oh, oh. Oh Gott. Okay, darum 30 und 36. Das sind wahrscheinlich die Köpfe. Okay, wir haben Köpfe gefunden. Oh. Shit. Shit. Ey, gut abgekaut. Darum auch in den Videos, sie wurden zu Kannibalen. Die haben wahrscheinlich sechs Typen gespürt. Bei sechs Typen, 80 Kilo. Da kannst du ein bisschen von überleben. Okay. Ja, Matt hört sich genau so an. Matt hat dich in den Stich gelassen. Bitch! Matt hat keinen Bock mehr. Klopf doch mal mit deinem Handy dagegen. Ja, genau so. Das ist bestimmt ein Nokia. Da geht alles mit durch. Auch die Stahlkette vor allem. Okay. Hier sind wieder ein paar Sachen, die man nachgucken kann. Was ist es? Scheint nochmal mit deinem Handy da drauf. Das sieht aus wie eine Stufe. Leiter. Blut. Blut. Nicht gut. Nicht gut. Okay. Kann ich hier laden? Nein? Hier laufe ich nur aus dem Bildschirm raus. Hier laufe ich nur aus dem Bildschirm raus. Okay. Von da kam ich, oder? Oder? Oh, Totem-Time. Kein Totem. Wirklich Schreck. Ich kann es nicht erkennen. Was ist das? Shit. Das ist ein Helm. Da war doch ein Helm. Oh. Okay. Oh. Familienfoto. Selfie. Oh, shit. Da steht was. Auf der Rückseite. Liebster Billy. Komm schnell sicher nach Hause. Von deiner dich liebenden Frau und deiner Tochter. Agnes und Luise. Ha. Okay. Okay, da komme ich nicht rüber. Weil die Bitch einfach wieder zu faul ist, um über den Baumstamm zu laufen. Oh. Weg. Was ist da oben los? Klettern, springen. Klettern. Hier muss ich ja mitteilter hochkommen. Äh. Hochklettern. Ich hab gesagt, klettern. Ich springen. Nein. Oh. Jetzt bin ich wieder unten. Oh. Alles kein Problem. Alles. Kein. Problem. Klettern. Okay. Konzentrier dich. Auf deine Knöpfe. Drück die Knöpfe. Drück rechtzeitig die Knöpfe. Shit. Ich bin gut. Ich bin... Shit. Okay. Das ist, glaube ich, die Einzelste, die einen kleinen Arsch hat in dem Spiel. Shh. Oh. Fuck. Nimm dein Handy und leuchte nach oben, damit du siehst, was da oben ist. Gar nichts. Wieso ist hier gar nichts? Das macht keinen Sinn. Das macht keinen Sinn. Wieso ist hier gar nichts? Ich hab hier gerade noch Schreien gehört und... Was ist hier los? Was? Bitch. Okay. Hier ist nur ein Stein. Ich muss hier lang. Was ist, wenn ich hier nicht lang möchte? Die größte Zicke im Spiel geht nicht kaputt. Ja? Ich erschrecke mich schon, nur wenn die spricht. Hör auf zu sprechen. Okay. Okay. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Okay. Du bist nur in tausend Meter unter der Erde. Ist bestimmt warm. Oh shit. Siri ist tot. Okay. Doch kein Nokia. Nokia-Akkus brauchst du nicht lang. Geil. Nokia-Akkus halt ein Leben lang. Ich mein ja nur. Also, kauft euch Nokia. Ja, egal was kommt. Wirf's am Kopf, ist direkt tot. Okay, ich kann nicht steuern. Mach, was du willst. Spring in den Tod. Nein. Shit, ich bin einfach nur oben. Ich bin riesen Unwicht gelaufen. Nur um den... Oh mein Gott. Endlich funktioniert mal was. Shit. Wir haben Strom. Das ist dope. Das ist richtig dope. Shit. Nein, da will ich nicht lang. Nein. Lauf da lang. Lauf ein bisschen schneller. Du läufst, als ob du kacken musst, Alter. Kann man hier nicht noch irgendwie was finden? Keine Ahnung. Ein Todestotem, wo ich sehe, dass die drauf geht. Da würde ich mich freuen. Der geht mir auf den Sack. Nein, kann man nicht. Schade. Schade, schade. Schokolade, Marmelade. Okay. Shit, wo bin ich denn jetzt? Oh, hier ist was. Oh, Totem Time. Bitte, 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 bitte. Oh, Hinweis. Gefahren-Totem. Oh. Sie läuft wie ein Zombie. Stimmt. Wie so ein kleiner, hässlicher Zombie. Und hier kann ich auch noch lang. Hier kann ich auch noch lang. Äh, okay. Glaube ich jetzt. Aber jetzt habe ich den anderen gar nicht erkundet. Hier gibt es so viel. Motherfucker. Halt dein Maul. Matt ist nicht da. Und wenn Matt da ist, dann rettet der seinen eigenen Arsch. Alter, Matt ist dunkelläutig. Der geht immer als erstes drauf. Ist nicht, aber fast immer. Dann ist so Kote. Shit. Jetzt kann sie auf einmal rennen. Bitch. Kommst du hier nicht hoch? Mit deinen Fingernägeln. Ich hab's doch gesagt. Ich hab's doch gesagt. Überraschst du hier wie so viel Zeit notwendig. 所有 Luego, ich hab's doch gedacht.